Aber ich glaube schon, dass es Platz im Prozess haben muss. Und damit meine ich jetzt den großen Prozess, der quasi über das Monat geht oder über das Jahr etc. Wo du einfach sagst, schaut her Leute, einmal im Monat, das könnte, also ich glaube alle zwei Wochen, so machen wir es zum Beispiel gerade in der Firma, das ist glaube ich relativ oft, aber zumindest einmal im Monat oder so, gibt es ein Stündchen, und das braucht nicht mehr sein, ein Stündchen, wo jeder einfach sagen kann, das ist gut gelaufen, das bin ich der Meinung, dann könnten wir besser machen. Und das ist egal, ob das irgendwas ist, was von oben heruntergekommen ist, also so eine Top-Down-Entscheidung, weil man kann jederzeit dann sagen, ja, das haben wir eingeführt, haben wir uns jetzt angeschaut, aber irgendwie, erstens könnte man es noch ein bisschen tweaken, das ist immer das Leichteste, du sagst, naja, fand ich gut, aber wenn wir da ein bisschen noch was tun, dann wäre es noch besser. Oder du sagst, nicht besser, damit kann ich überhaupt nicht. Und dann könnte es ja auch eine Einzelmeinung sein, das ist ja das Spannende. Naja, ich meine, okay, wenn es eine Einzelmeinung ist, ja, muss man auch schauen, aber könnte es sein. Und du schaffst auf einmal Platz für sowas. Und du schaffst nämlich auch Platz, das ist ja das, was aus den Agilen auch herauskommt, du schaffst Platz dafür, schnelle Veränderungen durchzuführen, weil sich auch die Führung traut, dann Sachen zu tun. Da wird einfach mal was entschieden, ich meine, im Idealfall hat sich schon wieder was gedacht dabei, und dann kriegst du eh Feedback drauf. Du weißt, wenn das irgendwie ein Griff daneben war, dann werden die Leute sagen, du, das klappt nicht so gut, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und das untergräbt jetzt in keinster Weise, finde ich, die Autorität von diesen Entscheidungen, weil da hat sich schon wieder was dacht dabei. Ja, aber, das hat sich herausgestellt, müssen wir noch ein bisschen was nachschärfen. Oder hat sich herausgestellt, beste Entscheidung ever, warum haben wir das nicht schon seit einem Jahr so gemacht. Und darum glaube ich, zurückkommen, ich glaube, es muss Platz im Prozess haben. Weil der Rest ist, du wanderst ja hin und her, du kriegst neue Mitarbeiter. Mitarbeiter gehen, Mitarbeiter kommen. Mag sein, dass das im alten Team so war, dass das implizit funktioniert hat, und jeder hat sich genug getraut, und auf einmal kommen drei neue Leute, und die haben es gar nicht gewusst, dass das so ist, oder die trauen sich nicht, oder was auch immer. Und auf einmal bist du, und ein Jahr später wunderst du dich, hey, was ist da los, warum haben wir so viele Fluktuationen, warum sind alle angefressen, was ist die Stimmung so daneben? Weil du es nicht im Prozess berücksichtigt hast. Ich glaube, es muss rein dort.